okay das war richtig schlecht von mir in die richtung ist die overview eigentlich nicht so krass also muss man ganz ehrlich sagen die ist nicht was wir sind natürlich beim jahr überhaupt nicht erwünscht bäume aus sterben ganz dringend so schmelze ich erst mal den schnee weg das gibt es ja gar nicht wie die mich angucken was denn hunde vielleicht vielleicht doch nicht bitte bitte okay ich sag denn doch ich hatte welche drei haben nicht gereicht ich sag dir auf jeden fall nicht wo ich die habe dass ich alle getötet habe und zwei habe die gibt es nur wissen wo der herkunft und weiß ich glaube ich mache das extra umweg ich würde bis jetzt ganz schnell runtergesprungen die hier oben damit ich ein overview einfach habe wo du herkommst ich gucke gerade so genau dass du nicht gerendert bist aber scheiße du hast ja eine andere render distance du siehst mich sowieso nicht wahrscheinlich ich habe dich gesehen ah ich hätte dich gesehen wie du da rausgesprungen bist scheiße ich bin den ganzen umweg gelaufen und da kam ich gar nicht her mami äh 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 als ob das bei dir schon gerendert hatte da hinten da ist doch ja schweißer hamdallah 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 aber ich ich sollte vielleicht ganz schnell mal kurz sein wenn ihr wenigstens eine ganz kleine hütte bauen dass ich da nicht direkt schnell war ne das ist eigentlich das ist eigentlich unschlau weißt du das würde ich jetzt eigentlich nicht so machen ne wo alter die pfeile bei denen die sind so richtig ich baue hier ne ich baue hier ne oh ich weiß was ich mache so ein modernes burg ein modernes burg so ein modernes burg ich bin gleich tot nein du solltest nicht sterben ich bin tot NEEIN HAHAHA oooh ich habe keine Lust mehr Digga ich bin am spawnen ja dann viel spaß nein ich sag dir gleich die koordinaten oooh erst wenn ich überlebt habe warte du wolltest hart spielen kack Skelette alter hast du ein Bett? ah ne hast du nicht ich ich bin ja ja ne warte schreib dir mal die koordinaten auf ok warte warte ich kann nicht grad nicht kämpfe mit dem zombie Faust ich habe mir schnell ein Häuschen gebaut und bin hier ein kleines Häuschen ich habe gedacht ein Skelett kann mir nichts auf meinem geilen Stein schwerf ich habe einen halb PS noch ich werde ihn nicht gemacht Digga Hamala man Marmelade ok warte jetzt warte wie geht der chat T so schreib mir die koordinaten soll ich dir schreiben oder ich sag dir x585 585 585 585 ok ja y64 oh das ist die Höhe ja das ist die Höhe aber juckt nicht äh und z 300 300 62 62 ganz kurz überlegt ob ich dich in die Irre führe dass du so direkt am Häuschen vorbeiläufst direkt warte jetzt muss ich erstmal gucken ich bin jetzt erstmal ein bisschen verwirrt gerade ich bin komplett woanders ich glaube ich auch nicht den gleichen sporen ich bin mir nicht so ganz hä alles klar ok ich brauche mir erstmal ne kiste bevor ich hier irgendwo hingehe hä was wir haben ein bisschen am sterben wir haben ein bisschen am sterben Junge die oh mein Gott lauf schneller bitch scheiße also warte was war z hast du doch hab ich doch geschrieben ja ich hab das vergessen und ich kann gar nicht nachkommen ich bin gar ein bisschen im rennen ich sag's dir gleich z koordinaten ist 362 ok nice bin aufm weg so ich hab jetzt erstmal ne chest gemacht du hast dem Glück nicht ganz so weit gelaufen ja es ging eigentlich von der Strecke her aber ein Bett ist einfach so ne wichtige Sache ja hast du dein Bett wieder abgebaut was wir vorn benutzt hatten ja hä achso ja voll dumm ja 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 hab ich abgebaut du hast mir gar nicht nachgedacht das ist das brauche hallo hä wir waren nur grad ein zombie achso ich dachte du siehst mich ich bin voll verwirrt ich muss auch 100 Blöcke rennen vielleicht treffe ich deine Hunde oh was hast du ich hab Hunde gefunden ehrlich ja ich glaube ich komme aus der richtung wo du herkommst oder das Spiel oder so Alter tecnologia mit dem auf dem ich glaube ich sehe deine Hütte Ich bin mir nicht so ganz sicher, was das sein soll. Oh, oh. Ich brauche Hilfe. Ja, dann geh doch in meine Hütte rein. Ja, mach ich auch. Aber schlaf da nicht. Doch, mach ich. Nein. Sonst schließe ich dich wieder aus. Guck mal, meine Facken da oben. Das ist total, total die große Hütte auch. Das ist doch richtig kuschelig, ne? Darf ich Fleisch? Nein. Ich brauche Fleisch. Ich sterbe so. Warte, ich gebe dir mal richtiges Fleisch. Ja. Kein Falsches, bitte. Richtiger Bruder. Das ist Pferdefleisch übrigens. Ja, kein... Alter! Willst du wieder sterben? Ich habe gegessen gerade und auswassend. Okay, wir versuchen es. Ne, du versuchst es. Man, ich will Skelette töten nicht Zombies. Zombies sind scheiße. Warte, sporen ich da jetzt? Also eigentlich müsste ich da jetzt sporen, ne? Ich könnte theoretisch mich jetzt wieder hochragen. Komm, ich versuche das Skelett zu holen jetzt. Oh, du hast verschossen genug. Alter. Oh, ich hoffe, meine Sachen sind nicht despawned bis jetzt. Oh mein Gott, da habe ich jetzt gerade erst was immer nach. Oh mein Gott, mein ganzes Eisen! Schnell! Das sei natürlich richtig geil. Freil und geil. Ich hätte 24 Eisen oder noch mehr oder irgendwie sowas. Noch mehr, glaube ich. Alter, das ist ein Zombie mit einem Schwert. Alter. Da habe ich eher weniger Bock drauf. Ja, nicht so ganz so viel. Boah, ich sehe blau. Okay, auf geht's. Heute habe ich gerade Collateral gemacht. Oder man kann, glaube ich, es gleichzeitig hätten. Collateral? Und dann tropft wenigstens das Schwert. Nee. Nix, Zombie, Alter. Ey, ich bin ein richtiger Zombie-Killer. Ja, sieht man dir auch anders. Du siehst auch generell so aus wie so ein Zombie-Killer. Ey, wenn ich das schaffe, komm. Nee, nee. Scheiße, nicht. Hilfe! Hilfe! Alter, Baby-Zombies sind krass. Oh, oh. Alter, Flieger, ich bin ein richtiger Marsch. Ich glaube, ich dir gerne. Hilfe, Hilfe. Alter! Ich verfolgen drei Baby-Zombies. Vier Baby-Zombies! Alter! So. Das habe ich noch nicht gehabt. Jetzt will ich erst mal meine Sachen... Oh mein Gott, meine Sachen liegen. Alter! Hilfe! Alter! Alles okay bei dir? Nein! Okay. Na dann. Ich werde gerade... Ich werde noch nicht von so vielen Zombies verfolgt. Wenn ich das lebendig überlebe. Ja, also ich würde es nicht tot überleben wollen. Das ist auch ein scheiß Idee. So, das habe ich schon mal so. Das... Da war... Oh, oh! Wieso habe ich nur fünf Fackeln? Was sind die anderen? Alter! Achso, das stimmt. Ja, ganz richtig geplant. Stimmt, ja. So, meine... Ey, freut ihr mich? Ordentliche Ordnung habe ich wieder hergestellt. Alter! Ich bin... Alter! 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 Alter!